Teil 14 Die Schnüfflerin Sonntag, 1.30 Uhr Carlos' Atemzüge klangen tief und gleichmäßig. Ein leichtes Schnarchen schlich sich ein, das mittlerweile in rhythmischen Intervallen ertönte. Blue vermutete, dass er sich jetzt in der Tiefschlafphase befand und schlich sich aus ihrem Versteck unter dem Bett. Sie huschte zu Carlos' wuchtiger Aktentasche. Der Verschluss stellte kein Hindernis dar. Sie achtete auf das Knacken der Rädchen des Zahlenschlosses und konnte die Zahlenreihenfolge ohne Probleme heraushören. Mit einem metallischen Klicken sprang das Schloss auf. Blue warf einen Blick auf Carlo. Mit einem krachenden Schnarchton drehte er sich zur anderen Seite und schlief weiter. Die Tasche war penibel gepackt. Zwei Mappen befanden sich in ihr. Blue holte sie heraus. Es ging leichter, als sie gedacht hatte. Die fehlende Größe glich sie spielend durch ihre Kraft aus. Sie hob die Aktentasche an ihren Platz zurück, nahm die Mappen und verzog sich hinter den Vorhang am Fenster. Blue hatte befürchtet, dass das Papier knistern und rascheln würde, aber die Bögen, die sie aus der ersten Mappe zog, waren steif und von einer Plastikschicht überzogen. Seltsam. Bevor sie las, untersuchte sie die laminierte Oberfläche. Entweder hatte noch nie jemand diese Seiten in der Hand gehabt und gelesen, oder sie waren sorgfältig gereinigt worden. Kein Fingerabdruck, kein Stäubchen. Sie widmete sich dem Inhalt. Es war ein Auftrag für die Firma S-Crypto. Top Secret. Der Inhalt des Auftrags bestätigte die Geschichte von Carlo und Britta. Ein europäischer Wirtschaftsverband beauftragte, mehrere IT-Sicherheitsfirmen aus Europa eine Firewall aufzubauen, die europaweit Unternehmen vor chinesischer Software und Datenpiraterie schützen sollte. Die Entwicklung dieser Software sollte in London von einem internationalen Team bewerkstelligt werden. Es wurden etliche Bedingungen und Abläufe aufgezählt, die belanglos waren. Die letzte Seite war ein unterschriebener Vertrag, auch laminiert. Unzufrieden schob Blue die Bögen in die Mappe zurück. Die zweite Mappe beinhaltete Papier, abgegriffenes Papier. Die Seiten hatte Carlo offensichtlich häufiger in der Hand. Sie begann zu lesen. Ziffernkolonnen. Hinter jeder Ziffernabfolge war ein Datum und eine Uhrzeit. Was war das? Sie suchte nach sich wiederholenden Mustern, um eine eventuelle Verschlüsselung zu knacken. Eigentlich keine schwere Aufgabe. Nach einer halben Stunde schob sie die Seiten entnervt auf einen Haufen. Verlangsamte der lange Aufenthalt auf der ätherischen Ebene etwa ihre Informationsverarbeitung. Sie entschied, die Seiten noch einmal zu checken und konzentrierte sich nun auf die Zeitangaben. Irgendetwas kam ihr vertraut vor. Es war zum Greifen nahe. Eine Seite rutschte aus ihren Händen und fiel herunter. Sie hob den Papierbogen auf und ihr Blick glitt über die Ziffern. Er blieb an einer Reihe hängen. Woher kannte sie diese Kombination? Gereizt starrte sie die Ziffernfolge an. Sie konzentrierte ihre gesamte Energie auf den Flashback-Prozess. Und die Erinnerung kam einen Augenblick später zurück. Es war gar kein Code. Es war eine Auflistung. Eine endlos lange Liste mit Identifikationsnummern. Hektisch schob sie die Seiten hin und her. Seite 7, fast die halbe Seite, listete Portale auf, an denen sie selbst schon einmal recherchiert hatte. Es fiel ihr wie Schuppen von den Augen. Anhand der ID-Nummern konnte man in fast chronologischer Reihenfolge ihre Routen im Internet nachverfolgen. Selbst das Datum und die Uhrzeit waren korrekt vermerkt. Wie war das möglich? Wie war Carlo da rangekommen? Sie hatten doch keine Spuren im Netz hinterlassen. Oder doch? Hastig stopfte Blue alles in die Mappe zurück. Die Seiten würden ihr nicht weiterhelfen. Sie war sicher, Britta und er waren nicht in London, um eine Software zum Schutz vor chinesischen Produktpiraten zu schmieden. Nein, dies war lediglich der Vorwand. Sie waren, ohne es zu ahnen, auf die Spur der Scromax gestoßen. Blue legte die Mappen in die schwarze Aktentasche zurück und tauchte ins Stromnetz des Hiltons ab. Carlos Laptop war offline, aber ein Kollege von ihm, Rodriguez Santos aus Madrid, schlief nicht. Er chattete. Blue durchsuchte die Daten auf dem Laptop des Spaniers und wurde fündig. Es gab eine verschlüsselte Datei, die brisante Informationen enthielt. Top Secret Dateiname TPSR.CHT Passwort Verschlüsselt Einstufung streng geheim Siebte Mitteilung an Alvaro Alzono Betreff Anomalie Wie Ihnen schon bekannt ist, sind in den letzten drei Monaten in Netzwerken diverser europäischer Regierungen, großer Wirtschaftsunternehmen wie auch wissenschaftlichen Einrichtungen Anomalien festgestellt worden. Diese Anomalien scheinen definitiv nicht aufgrund eines Fremdeingriffs in den Netzwerken aufzutreten. Es wurden keine Spuren von Crackern, Viren, Trojanern etc. entdeckt. Dennoch sind minimale Reaktionen der Netzwerksysteme zu verzeichnen. Da diese Anomalien auch bei hochsensiblen Daten aufgetreten sind, haben die Geheimdienste mehrerer europäischer Länder sich entschlossen, gemeinsam zu handeln. Der britische Geheimdienst steuert von London aus ein europäisches Projekt. An diesem Projekt soll ein Team von Spitzenleuten aus der Informationssicherheitsbranche arbeiten, um die Anomalien aufzuklären. Der Codename des Projekts lautet Verschlüsselt Wir bitten Sie, mit Herrn Diplomingenieur Rodriguez Santos in Verbindung zu treten. Wir wollen den Informatiker, wenn von Ihrer Seite nichts dagegen spricht, in unserem Team dabei haben. Geben Sie uns sobald wie möglich auf gewohntem Wege Bescheid. Das war Teil 14 von Scromax London. Die Suche Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de